so 13 von 16 vielleicht krieg ich die baby noch einen allerdings ich will pinken schätze haben wir kein verdammt ja na dann auf einer ist bei mir ist jetzt die straße gar nicht mehr gewesen ja die ist klar ich hab den punkt deswegen verpasst ihr macht das schon da hinten ja wie gesagt baby hat durch dass die stunden rennen habe ich komplett rausgenommen und hat deswegen habe ich den punkt verpasst die will ja nur verhindern dass sie am zweiten platz doch verliert ja ich bin wieder da ich bin wieder ein bisschen dran dann hier jetzt das war noch fünf punkte oder was oder zehn vielleicht vielleicht nur ein taxi ja mein zweimann taxi meintes ist pink ja 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 Ja, ne, ist klar Ich bin erst nur in die Lampe gefahren, als du mich gerammt hast Ich hab's auf Video, genau, jetzt schon wieder und tschüss Alter, das Ding geht ja gar nicht da hoch Ne, 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 du hast mich gerammt, genau, und dann bin ich in die Lampe rein Jetzt sind wir wieder mit dem Taxi unterwegs Highspeed-Rennen hier Tschüss Ja, da wollte ich nicht hin, ne? Karma, Karma, bitch Oh, Alter Jetzt wird jetzt noch schön Ich hab's grad hinter mir und runtergefallen Baby wahrscheinlich Stimmt so gar nicht, ich bin oben Ich hab's grad gesehen, Hops Kleines Dreckelischen da hinten Wie viele Runden haben wir überhaupt? Drei Drei Also jetzt die dritte und letzte Runde Naja Bin jetzt auch grad in die dritte Reise Mit den letzten beiden Rennen von mir bin ich auf jeden Fall zufrieden Das erste weiß ich wahrscheinlich nochmal irgendwie Aber ein geilses Mal wieder Schlafenlampe Ja, aber du gerammelt hast Rammeln tust du nur bei mir Sie wird von dir gerammelt Sie wird von dir gerammelt Ja, aber die Rammeln tust du bei mir Wie gesagt, es wird 2.0 Sie kann nur rammen Sie kann es nur hart Nein, alles gut, passiert Macht der Spatz Wobei wir ja zwischendurch mal so ein kleines Tief drin hatten Und mittlerweile geht's wieder Wir müssen auf jeden Fall mal noch mehr Zeug für uns selber ausstellen Ja, ich muss mal, wenn ihr habt, wenn die Zeit dazu jetzt ja Die Woche wird wahrscheinlich So hin und wieder mal so gelegentlich mal eins erstellen So Ja, die Woche wird es halt schwierig Weil ich habe genau die ganze Woche Ich bin die ganze Woche auf Arbeit Da wird es enge mit den Wir stellen aber ja Ja, ich muss beim Überlebenskampf zum Beispiel nochmal bei mir ran Da ist die Heatspacks und die Passeung erstellen Und vielleicht ein paar Waffen oder so Ähm Ja Haha, vergiss es Das war nicht Nein Dabei wollte ich doch zu viel Aber ich muss immerวก gorgeous Ja 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 Mö Ja Ihr sondern und ja so die warst du denn so mit der lampe weiß ich nicht ich bin zweiter und du ich weiß nicht wie das war mit der schlampe so drei pünktchen noch ich mag was wir das ding wahrscheinlich gewinnen die playlist klar aber wie gesagt der zweite platz das ist auch von mir okay ein überlebenskampf